Nächste halbeste, die Gütahre ist nach 10. 10. 10. 10. Ja, ich hätte einfach ein 20er gegeben, aber wenn du es nicht schätzt, dann muss ich auch mal schätzen lassen, wie kann man ein 20er geben. Da kann man es in der Dosen rollen jetzt, nein, ich schaue zu 150, da macht es das gar nicht. Ja, inzwischen bleiben wir verbunden, man muss es ein bisschen abschätzen, ja. und von der Abweidung. Einmal ein paar E-druck, und die Leute, die wir in der Mitte haben. Aber ein paar E-druck. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020